...die darum eifern, um einer großen Karriere zu pröden. An achter Stelle, Sie hatten sich im Mond nicht getrocknet und möglich waren Sie auch ein bisschen dabei, darüber. Aber heute leider nicht mit dabei und Sie verdienen sich trotzdem einen großartigen Applaus. An achter Stelle heute, Luhm, nein! Man glaubt immer, das Konkrete sei so gut eifbar, doch dahinter steckt Energie. Aber heute war leider nicht genug Energie dabei, um uns weiter zu begleiten. An sieben Stelle, behind concrete, yo! Es gibt Tiere, die durch die Steppe tanzen, aber heute nicht nur über Österreich tanzen. An sechster Stelle und leider nicht mit dabei, Empty Loop! Sie haben sich gespielt und Sie hatten einen Traum, doch der Traum bleibt bestehen. Aber leider nicht heute. Am fünften Platz, die Ram! Am fünften Platz, die Ram! Wuhuuu! Sie lieben es zu kriegen, doch werden Sie leider mit uns nicht mitfliegen. die Ram! Und jetzt, die Ram! Und jetzt, die Ram! Sie haben ein Konzept! Und der Konzept ist, das weiter zu kommen. Und Sie sind auf die Mühle! Sie haben eine ganz stolze Art in die heutige Zeit rübergezogen und das hat sich ausgezahlt. Und an der zweiten Stelle heute und mit dabei und bitte auf die Bühne, Kendra! Beifall auf den SPD, etc. Die Bühne, Kendra! Die Bühne, Kendra! Deutschland weiß nicht, die bautische Sicherheit zu Pearl Harbor. Und so hat er sich für den 1. Platz ausgesagt auf die Bühne. Bitte, Marie, Kendra! Applaus 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 Vielen Dank.